Hallo, hier ist Markus Wallhaar. In der jetzt so schwierigen Zeit des daheimbleibens ist es umso wichtiger, positiv durch den Tag zu gehen und immer was zu tun zu haben. Befolgt die Anweisungen der Bundesregierung, bleibt daheim, schaut auf euch, schaut auf die ältere Bevölkerung und vor allem bleibt gesund.